Präsident Trump und der Pups von Tilia Es geschah am Weihnachtsabend. Ben und die kleine Schwester Linda guckten Harry Potter. Sie wollten sich damit die Zeit bis zur Bescherung vertreiben. Sie waren sehr aufgeregt, denn Linda wünschte sich ein Pferd und Ben wünschte sich einen roten Kopf. Plötzlich klopfte es. Präsident Trump stand vor der Tür und fragte, ist hier jemand dümmer als ich? Angeber, murmelte Linda und knallte die Tür zu. Mit diesem Augenblick pupste Ben, sodass selbst Präsident Trump es noch hören konnte. Peinlich berührt lief Ben rot an. Damit hatte Ben sein Geschenk gehabt und Linda wartete auf ihren Geburtstag.